Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu RLCraft. Und ja, die Nacht ist wieder vorbei. Die Nacht ist hier irgendein Tier aufgetaucht und ich muss herausfinden, welcher das war. Ich habe über irgendein Viech... Das war wahrscheinlich der hier. Den Schwanz habe ich nicht gesehen. This creature can ridden as a mount. Uh. Uh. Carnivore. Rocks flying in the sky searching for prey at night. Also ist der Tag zurück weg oder wie? Wo habe ich ein Damage screen? Wie konnte das passieren? Oder war das hier hart? Das ist doch okay. Ich hätte durch die Nacht schlafen können. Ich voll der... Ich hole ihn nochmal schnell. Ein Javelin. Ein Javelin. Was ist das denn? Ich bin so happy, dieses Spiel zu spielen. Das macht überhaupt keine Probleme oder so. Ich gebe dir nur 3000 verschiedene Viecher auf einmal. Und es scheint kalt draußen zu sein. Was soll denn das? Ich muss irgendwas zerbrennen. Hm? Was geht hier ab? Das hört ihr aber auch. Nicht nur ich, oder? Ähm. What the frick? Was ist das? Das schaut nicht wie unsere gute Fee aus. Das schaut irgendwie böse aus. Das schaut aus, als ob es in der Mitte so Panzerplättig hat. Kannst du in die Richtung bitte weiterfliegen? Das wäre äußerst großzügig. Vielleicht bitte. Danke, danke, ciao. Komm nie wieder aus dieser Höhle raus, ey. Doch, scheiße. Ich muss irgendwie Matchboxes machen. Das wird der nächste große Spahn. Matchboxes. Matchbox. Ich muss Papier machen. Geht das aus? Sieben Holz. Mann. Warum geht das hier nur aus Birchwood? Mhm. Mhm. So schwer wäre das gar nicht. Wenn man nicht Papier bräuchte. Ohne Papier wäre das relativ einfach. Ganz dumm bin ich auch nicht. Ich lasse mindestens ein Teil von dem Zeug da hier. Dann kann ich mir im Notfall was machen. Das Glas brauche ich auch nicht. Das brauche ich genauso wenig. Ich kann nur weise Plantfiber habe ich nicht. Wisst ihr, dass die Ironie... Was soll das? Au. Was bist denn du? Mann. Bin ich da? Bin ich zu Hause? Du siehst mich nicht. Ich habe zwar eine Fenster von zu... Sie siehst mich trotzdem nicht. Warum kriege ich Haste? Woher kriege ich das? Jumboos und Haste kriege ich dauernd. Naja, wenn ich es kriege. Was ist das? Ah, das ist wieder unser... Ist es das der jetzt? Ist es der hier? Der Pipsen? Ja. Das ist der hier. Ach, F 물, der los die... Schöne in die Schöne in die Schöne, die ihnen schwörten sie ab und sie zu 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 essen... Und es zu zu essen. Okay. Haben wir auch schon gesehen. Knowledge. Ja, den Wark haben wir eventuell auch schon gesehen. Stumbling Costs. Leck um hier. Das Viech ist ekelhaft. Ich mag alle nicht. Das ist der, den wir gefunden haben. This creature can be tamed with a dragon creed. This creature can be ridden as a mount. Kannst du endlich verschwinden? Ich bin schlafen. Lager Winter gift, it's December 25th. Das kommt mir auch schon vorhin. Ich hab kein Bock. Ah! Fossil digging. Oh, shit, for more description. Swatchham to mine to copper ore. Was ist das hier? Highly increase the speed of a trillion mining while using a diamond pickaxe. Two skill points. Ich kann hier nichts machen. Ich hab grad keine andere Idee, wie ich den sonst wegkrieg. Wo ist er hin? Vielleicht krieg ich ihn so tot nach einer Zeit irgendwie. Ich muss ihn mal überleben. Ich hab nur mal wirklich im Plan, welches Leben der noch hat. Aber er hat rotes Leben. Es ist dann bloß schon wieder Nacht und dann bringt sich der ganze Scheiß auch nichts. Aber mit laut... Oh Gott, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ähm. Was ich weiß, ist, dass wenn ich es so mache... ...und Leute, das bedeutet... ...unendliche Fackeln! Scheiß auf die Billigfackeln, wir haben unendliche Fackeln. Die Gimps sind geil, die will ich haben. Oh, ist das geil. Wir haben... ...Lichtiges! Unendliche Lichtquellen! Das wusste ich nicht, das hab ich im Video gesehen. Dass wenn du... ...halt... ...Glowstone mit Kohle mischt, dann kriegst du diesen... ...diese... ...Dinger. Oh, und wir haben jetzt wirklich geil. Wollen wir weiter nach hinten noch ein bisschen. Und was wir auch gleich mal machen müssen... ...ist schlafen. ...einmal schlafen, damit... ...dieser Speichelpunkt speichert. Oh, sweet dreams, oh ja. Das Licht... ...mag ich trotzdem nicht. Da vorne ist ein Creeper. Die Glasscheibe ist gleich gar nicht doof. Somit kann man immer so... ...ihr... ...ihr seht auch, dass dahinter der Sche... ...ist das ein Skelett einfach mit... ...ein Goldhelm oder sowas. Aber wie geil ist das denn? Jetzt haben wir endlich... ...den Weg hier. So. Jetzt ist die Frage, wie kriegen wir am besten XP zusammen? Wir können natürlich mit dem Beklopter jetzt rausrennen... ...und einfach versuchen zu killen. Ob das hilft, ist die Frage. So wirklich einen Plan habe ich noch nicht, wie das hier funktioniert... ...mit dem ganzen Mod. So. Aber wir haben schon mal eine feste Wohnung. Hier etabliert, das taugt mir schon mal. Das taugt mir gerade richtig. Aber ich glaube, ich muss mich gleich um meinen Vogel kümmern. Der hat nicht schon wieder Hunger, glaube ich. Wenn ihr einen Vogel Hunger habt, dann sage ich euch... ...macht es schnell. So. Ja, das schaut doch gar nicht schlecht aus für den Anfang. Unsere Unterkunft steht... ...wollen wir mal das, was wir eigentlich nicht brauchen. Oh, wir können aus Glas nochmal versuchen... ...Dings zu machen. Die lase ich eindeutig hier, die sind mir zu wertvoll. Aber wir können nochmal versuchen, aus euch hier... ...Dinge machen und dann schauen wir, dass wir... Aber ich glaube, das machen wir bei der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ihr ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.